Hallo liebe Fußballfreunde, ein Thema, SV Waldhof Mannheim, 3. Liga 2020-2021, Scherzenspieltag, 1. FC Kaiserslautern gegen SV Waldhof Mannheim, Ergebnis 1 zu 1. Startelf, 1. FC Kaiserslautern, Speich, Schad, Kraus, Schinke, Holzeck, Ritter, Bachmann, Skaratis, Ritter, Röser, Huth, Startelf, SV Waldhof Mannheim, Bertels, Max, Just, Hofhard, Liga, Tristinsen, Skiri, Kosti, Caria, Boamba, Martinovic, Das war's von 1. FC Kaiserslautern gegen SV Waldhof Mannheim, 20.03 Uhr